Moin moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von den Bronze Guys, liebe Leute. Und ja, wir wollen heute mal darüber sprechen, wie wir uns in der Zukunft sehen. Das heißt, wie unser aktuelles Leben gerade läuft und wie wir uns quasi sehen, wenn wir in Rente sind oder kurz vor der Rente. Die Idee kam vom lieben Marek, einer meiner Mods. Liebe Grüße an dich gehen raus, falls du das gerade hörst. Und ja, natürlich wieder Mitarbeiter Mockerzeig, Leute. Wie gesagt, checkt gerne mal auf Twitch ab. Heute mal die Podcast-Folge ein bisschen später rausgekommen, weil wir privat viel um die Ohren hatten. Aber Leute, wir bleiben aktiv und deswegen sind wir jetzt wieder für euch da. Und ja, wir fangen jetzt erstmal darüber an zu quatschen, was wir gerade aktuell machen. Damit die Leute, die uns vielleicht nicht kennen, einfach einen kleinen Überblick haben. Also viele haben es ja schon mitbekommen, ich habe zehn Jahre lang im Altenheim gearbeitet. Und seit Oktober bin ich halt komplett selbstständig als Content-Creator. Produziere halt Content auf Instagram, TikTok und YouTube, beziehungsweise auch Twitch. Aber da bin ich ja auch gebannt. Wer dazu was hören möchte, kann sich das gerne in einem anderen Podcast anhören. Ich glaube in Folge zwei oder eins. Und ja, genau. Das ist halt das aktuelle Leben. Ich verdiene quasi gerade aktuell somit mit Social Media mein Essen, mein Trinken. Ich bezahle davon meine Miete. Ich kann mir ein bisschen was zurücklegen. Bin sehr, sehr zufrieden. Vielen Dank auch für die starke Community. Der Mike wird euch jetzt auch was erzählen, was er gerade macht. Let's go. Ja, also ich bin aktuell halt Arbeitssuchen und hänge hier mit Twitch, mit dir und so. Versuche dich überall zu supporten, ob als Mod oder wenn wir irgendwo hinfahren, Gameset, whatever. Oder was zocken. Ja, versuche mir nebenbei noch ein bisschen was aufzubauen, dass ich halt sozusagen, hört sich jetzt komisch an, aber an deiner Seite bleiben kann. So was Support, Gaming und Mod und alles angeht, dass mir da nicht irgendwie großartig die Zeit nachher zu fehlt. Und dann mal gucken, wo das alles hinführt und wie es läuft. Genau, Leute. Also wie ihr gerade schon gesagt habt, wir machen aktuell auch sehr viel privat zusammen, versuchen viele Vlogs aufzunehmen. Wir waren jetzt noch vor kurzem auf der Kirmes hier bei mir in Aachen, auf dem Öscher Band. Aber leider hat es am Ende ein bisschen Probleme gegeben mit der Tonqualität, weil wir haben ein Mikrofon benutzt, was über mein Handy lief. Aber anscheinend, weiß ich nicht warum, auf jeden Fall nach ein paar Stunden hat sich mein Mikrofon disconnected. Und jetzt ist es halt natürlich ein bisschen blöd, weil man dann Mike halt nur die ganze Zeit hört und mich hört man wirklich in einem katastrophalen Zustand. Also so, als würde ich dir vom Weiten irgendwie ins Mikrofon schreien oder so. Nichts gut diese. Genau, nichts gut diese. Also vielleicht werde ich daraus ein paar Short-Clips ballern oder sowas, die wir dann hochladen werden, wo man halt uns gut versteht. Nicht so, aber auf jeden Fall so ab der zweiten Hälfte, wo es eigentlich auch cool wurde mit Preisen und sowas, hört man mich leider sehr, sehr schlecht. Ja, ich fange jetzt mal an, wo ich mich denn sehen würde in Zukunft, halt so Richtung Rente. Ich glaube, das hat sich bei jedem Menschen oder bei uns beiden wahrscheinlich auch immer mal wieder geändert, an die Leute, die gerade zuhören. Also ich hatte auch schon eine Vorstellung von, dass ich Familienvater bin und auch gar kein Social Media mache. Das kam erst alles dazu später und dass ich halt im Altenheim weiter arbeite, quasi fast bis zur Rente wahrscheinlich. Jeder, der im Altenheim arbeitet, weiß halt auch, dass es einfach ein körperlicher Job ist, auch ein psychischer Job aufgrund von demenzerkrankten Menschen. Ja, und jetzt halt, wie sehe ich mein Leben in der Zukunft? Natürlich hoffe ich, dass ich noch eine sehr, sehr gute, lange Zeit mein Geld mit Social Media verdienen kann. Außerdem, mein Traum war es halt schon immer, das wissen auch viele Zuschauer schon, dass ich mir halt irgendwann mal was erspart habe, um mir dann eine Eigentumswohnung davon anzukaufen. Natürlich, im Traum wäre es natürlich direkt zu kaufen. Das heißt, man spart so viel an, dass man sagt, für 300.000 kaufe ich mir jetzt eine Drei-Zimmer-Wohnung oder so in Raum Aachen. Ob ich dann selber drin wohne oder die vermiete, weiß ich noch gar nicht. Das wäre halt mein absoluter Traum. Ich glaube, uns allen ist klar, dass man halt, oder was heißt, uns allen ist klar, also viele wissen halt, dass man, oder denken halt, also ich denke zumindest so, dass, ja, dass die heutigen Content-Creator nicht noch mit 60 auf Twitch umsitzen werden, vermute ich mal. So. Man weiß nicht, wie das Leben sich, also Leute, ne, also nichts ist unmöglich, ne. Man sagt ja jetzt immer schon die ganze Zeit diese Sprüche, excuse me, wir haben 2022. 2022, jetzt kommen schon die Sprüche mit excuse me, wir haben 2023, jeder dritte Idiot macht Onlyfans, ja. Deswegen, man weiß echt nicht, wie es ist, ne, wie auch Monte immer so sagt, ne, ob er mit 44 in 10 Jahren noch streamt, weiß er nicht. Er könnte es sich aber vorstellen, so. Ich sag mal so, solange man noch eine Community hat und es halt natürlich finanziell funktioniert, könnte ich mir das auch vorstellen. Aber ich wäre natürlich auch wieder dazu bereit, in Zukunft dann wieder mir einen Job zu suchen. Aber ob das jetzt dann wieder im Altenheim ist oder ob das eine ganz andere Ebene ist, kann ich euch auch nicht sagen. Aber am allerwichtigsten, was mir persönlich am wichtigsten ist, dass man halt eine gesunde Familie hat, dass man halt, ja, gewisse Rücklagen hat, dass man nicht arm ist, dass man halt keine Angst haben muss zu überleben, sag ich jetzt mal. Ähm, dann natürlich Thema Frau, Kind und sowas, da halte ich mich relativ offen mit aktuell. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sag, ähm, ich möchte unbedingt in meiner Rente drei Kinder haben, eine Frau, 30 Jahre verheiratet. Sag ich jetzt nicht. Könnte eine schöne Vorstellung sein, bin ich auch nicht von abgeneigt, aber ich lasse es halt auf mich zukommen. Weißt du was, Mike, wie siehst du dein Leben so in Zukunft? Äh, zu dem, was du gesagt hast, äh, man weiß ja auch nie, was passiert noch so im Leben, ne? Es kann ja immer mal irgendwas passieren, man kann sich selbst verändern, irgendjemand kommt dazu, der einen nochmal hier und da positiv verändert, dass man, ne? Andere noch Türen geöffnet bekommt oder sowas. Ja, wo sehe ich mich in Zukunft? Äh, ja, ich hoffe natürlich, wie schon angedeutet, dass ich irgendwie noch mit, stark mit dabei bin, mit allem drum und dran, auch mit Streamen, ne? Und dass wir halt trotzdem noch weiterhin sehr viel machen, was das Ganze angeht. Und, äh, ja, vielleicht natürlich auch in einem Haus, eventuell noch eine Familie dazu, oder, 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 ne? Ist halt schwer, aber auf jeden Fall, dass, wie du schon sagst, dass man gesund ist, dass alles weiterhin nach vorne geht, dass man nicht irgendwie Rückschläge bekommt. Ja, eventuell halt sich sehr viel aufgebaut hat und das natürlich auch halten kann. Und vielleicht, äh, ja, hat man halt noch mehr, was man zusammen dann hat, ne? So ist es, ne? So ist es. Ähm, ja, wie der Mike gerade schon gesagt hat, ne? Dass man sich halt was aufgebaut hat, ist ja auch wieder ein gutes Stichwort. Weil das, was wir ja quasi machen, ähm, auch wenn Mike was kleiner ist im Social Media als ich, ist trotzdem immer noch ein Aufbau. Also, weil, weil, ähm, ich lebe ja aktuell von dem Geld, was reinkommt und nicht von, irgendwie von Ersparten oder sowas. Ich kann mir halt vorstellen, wenn man halt was älter ist, dass man halt dann trotzdem noch streamt im Alter oder Videos produziert oder mal einen Vlog dreht oder im Urlaub einen Vlog macht oder ein bisschen die Welt erkundet. Ich hab, ich bin da für alles offen. Ich hab da, ich bin nicht einer, der sagt, nein, ich bleib hier auf dem coolen gelben Stuhl sitzen. Der Dörr steht im Hintergrund. Genau, ich geh hier nicht weg. Und, ähm, aber klar wäre es natürlich immer cool, wenn man halt so eine passive Einnahme hätte, so. Ja. Und, ähm, hier nochmal ein kleiner Appell auch an viele Zuschauer oder an viele Zuhörer, die ja immer so tun, als wären die Content Creator oder Streamer total die faulen Menschen oder so. Leute, verabschiedet euch von diesem Gedanken, weil, ähm, man hat genug zu tun, auch wenn ihr das halt alle nicht mal mitbekommt, so. Ähm, allein die Zeit, die man da reinsteckt und die Hoffnung und den Mut und auch, äh, einfach, ja, einfach frei zu sprechen, so, ohne halt Angst zu haben, dass man da wieder verurteilt wird oder sowas. Also, Grüße gehen auch wieder raus an meine ehemaligen Arbeitskollegen, die ja dann eher geschmunzelt haben, ne, als ich halt erzählt habe, dass ich, ähm, mich sehr wahrscheinlich, ähm, irgendwann auf gut Deutsch verpissen werde aus dem Altenheim. Ähm, meine sind halt sehr viele ältere Kollegen bei, aber das sind halt noch die Menschen aus der alten Schule, ne, das heißt Ausbildung, Arbeiten gehen, Studium, Arbeiten gehen und dieses Ganze mit dem Social Media Geld verdienen, ähm, ja, da sind die noch nicht so hinterher. Ähm, ich glaube, sehr viele waren jetzt auch überrascht, als ich halt gegangen bin. Ähm, was mir noch ganz, ganz wichtig ist, ähm, in meiner Rente, dass halt der engste Freundeskreis und vor allen Dingen auch natürlich, wie gesagt, meine Geschwister, also ich habe nicht mal viel Familie, aber meine Geschwister, dass es denen halt allen gut geht. Und ich meine jetzt nicht finanziell, sondern einfach gesundheitlich, ne, dass man da halt, ähm, dass man keine Probleme hat, dass man auch selber gesund bleibt, ne, Maik und ich merken das natürlich jetzt auch schon, äh, wir sind ja jetzt auch schon Anfang 30, ähm. Ähm, er hat jetzt auch wieder mit Sport angefangen, ich werde jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Tage wieder mit Sport anfangen, einfach um ein bisschen die Fitness wieder reinzuholen, ähm, ja, weil der Körper verfällt, Leute, ne, und wenn wir 60, 70 sind, können wir gar nicht die ganze Zeit nur hier so rumsitzen. Erstens würden wir wahrscheinlich 30 Kilo mehr wiegen und es würde uns auch körperlich einfach sehr schlecht gehen, so. Das auf jeden Fall. Und man weiß halt nie, was bringt die Zukunft noch. Gerade so, was halt die Technik angeht und so, kommen wir ja immer weiter nach vorne und das öffnet ja teilweise auch noch für die Zukunft andere Türen, dass man halt in einem hohen Alter noch da sitzen kann und sowas machen kann, wie du, wir, viele halt aktuell machen. Da kommen ja dann auch nochmal, da werden ja auch nochmal neue Türen geöffnet und wer weiß, für das eine oder andere muss man eventuell auch noch ziemlich fit sein. Und dann stehst du dann da, wenn du ein höheres Alter hast, wenn wir jetzt nichts machen würden und denken so, ja, hättest du mal damals gemacht. Genau. Also Leute, ich sag euch jetzt nicht, ihr sollt hier gerne alle sportlich sein und fit sein und sonst was, aber ihr dürft natürlich auch mal ein paar Jahre oder so zwischendurch einfach mal gar nichts machen, so wie auch Mike und ich. Aber halt, irgendwann holt das euch ein, also irgendwann merkt der Körper das einfach so, ne. Und ich sag euch schon ganz ehrlich, wie das ist, wenn ich jetzt hier 200 Meter rennen müsste, um einen Bus zu kriegen oder so. Ich sag euch, ich würde da erstmal, ja, ich würde da erstmal, keine Ahnung, Sauerstoffzelt, weiß ich nicht, Flasche Wasser, weil sonst Ende, sonst Ende im Gelände. Also, genau, also das darf man nicht vergessen, ne. Und ja, wie der Mike noch gesagt hat, hier zum Thema, was die Zukunft halt so bringt, ne. Die ganze Technik, es entwickelt sich ja jeden Tag, entwickelt sich alles weiter. Auch dieses ganze Thema mit Internet, Social Media und so. Und wer weiß, welche Plattformen noch kommen. Wir sind jetzt gerade im Höhepunkt halt Twitch, YouTube, Instagram, ich sag mal ein bisschen Facebook, dann natürlich TikTok. Das sind alles so diese Plattformen, die gerade sehr weit oben sind. Aber ich bin mir sicher, dass in Zukunft noch einige Plattformen kommen werden, die da zustoßen werden, ja. Und selbst wenn es im Bindes ein bisschen anders aufgebaut ist, also ich bin, auch hier mit Virtual Reality und so, ne. Ja. Also da wird wahrscheinlich auch noch viel passieren. Ich bin sehr gespannt, ne. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, Leute, ne. Ich hoffe, der ist da. Genau. Also ist heute auch nur eine kürtere Podcast-Folge, Leute. Wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt für ein interessantes Thema, uns immer gerne kontaktieren. Bei Instagram unter Mockerzeig oder A-Julien. Oder halt wie der Marek das gemacht hat. Der ist ja in der Community-Gruppe. Der hat mir dann einfach privat geschrieben. Und ja, ich fand das Thema ganz interessant, ne. Also das mit dem, wie man sich so in Zukunft sieht. Weil das sind doch immer so Gedanken. Weil wie gesagt, vor fünf Jahren hätte ich mich ganz woanders gesehen in Zukunft so, ne. Das ist safe. Das ist so, man ist irgendwie so da reingewachsen. Und ich bin auch sehr, sehr froh darüber und sehr glücklich darüber. Und mir geht's auch psychisch an sich ganz gut so mit dieser ganzen Thematik so. Auch wenn es manchmal auch anstrengend sein kann, ne, in der Öffentlichkeit zu stehen und so. Auf jeden Fall. Ja. Ja, man weiß halt nie, was kommt, ne. Wie du schon sagst, vor fünf Jahren hätte man sich woanders gesehen. Da hatte man auch noch andere Sachen im Leben. Eventuell auch Partner oder sowas. Wie jetzt zum Beispiel bei mir vor fünf Jahren, ne. Mit Familie, allem drum und dran. Genau, genau. Da hätte man gar nicht daran gedacht. Da ist man arbeiten gegangen, ne. Da hat man versucht, mit Arbeit sich da was aufzubauen. Ne, ordentliche Wohnung und sowas alles, ja. So ist es, ne. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns hier bei einer kurzen Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank mal wieder an alle, die reingehört haben. Folgt uns auch, wie gesagt, gerne auf iTunes Podcast und halt auf Spotify. An die Leute, die das Video hier sehen auf YouTube. Link in der Bio, Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Scheiß Bio, ne. Alles klar, liebe Leute. Ich wünsche euch allen eine angenehme Woche. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Podcast. Das waren die Bronze Guys. Ciao, ciao. Yes.